und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV Simulation ich bin's in der bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet hier zu einem kleinen aber feinen video heute denn vor einer stunde oder zwei stunden irgendwie so nehmendrin hat tms studios verkündet oder hat das letzte video von seinem sommer special veröffentlicht wo es heute um sebas ging insgesamt die drei folgen gab es ja an der stückzahl und in der dritten folge wurde das ganze von sebas noch mal vorgestellt und das möchte ich euch hier teilweise zeigen denn wie ich finde solltet ihr euch das video mal komplett anschauen wir sehen hier ein paar bilder hier aus dem work in progress das ganze ist hier aus dem editor heraus aufgenommen worden und wurde halt verkündet dass das ganze natürlich hier stark am arbeiten ist dass viele linien noch gebastet werden insgesamt gibt es die txl die linie 100 die 200 und das ganze verknüpft sich jetzt so langsam aber sicher miteinander und wo ich das erste bild gesehen habe mit der indirigandi straße der betriebshof dachte ich mir so und nein tms studios tu es nicht und dann habe ich das bild vom zoologischen garten gesehen und dachte mir so oh ja tms studios mach weiter so das ganze ist natürlich hier alles noch work in progress das ist noch nicht final und dann wird auf jeden fall noch einiges weiterentwickelt werden selbstverständlich wenn ihr natürlich bewegtes material sehen wollt dann bitte ich euch geht unten in der video beschreibung auf den links schaut euch das dev diary an geht irgendwas mit fünf minuten und da könnt ihr denn ein bisschen mehr sehen allerdings sehen wir auf diesen bildern oder in diesem video hat kein kai verkehr wir sehen nix wir sind keine passanten gameplay material soll es wohl erst ein bisschen später geben wenn es natürlich ein bisschen reifer ist das ganze aber auf jeden fall sehen die bilder sehr vielversprechend aus ich muss aber sagen dass mich das ganze von dem grafikstil her ein doch ein wenig mehr oder weniger an den fernbus simulator erinnert oder den tourist bus simulator das ist natürlich alles das gleiche das ist alles natürlich die unreal engine dementsprechend werden sie jetzt die welt nicht neu erfinden und dementsprechend behalten sie natürlich diesen grafikstil bei man muss schon sagen es ist schon sehr bunt alles aber das was man auf jeden fall sieht ist auf jeden fall mehr als ansehnlich ich als berliner freue mich natürlich darüber dass hier jemand natürlich wie neben lotos aber jetzt auch dms studios an solch einem tollen projekt arbeitet ich muss sagen ich bin nicht gehypt aber mich interessiert das ganze schon sehr was daraus wird was aus dieser ganzen sache wird mit sebas man weiß halt noch nichts man hat wirklich ja noch nichts gesehen auch auf der gamescom präsentation vor zwei jahren war das jetzt halt auch nichts weltbewegendes gewesen was wir da gesehen haben es fühlte sich halt einfach an wie jede andere simulation halt auch also da muss man halt schon sagen ja da findet dieser letzte feinschliff ist klar ist zeit vor zwei jahren da war es eine noch früheren version gewesen als das heute ist wir werden aber auf jeden fall dranbleiben und ich bin mega gespannt darauf wie das ganze dementsprechend ja wie sich das verändert wie das projekt entsteht wie gesagt in dem multiplayer sind auch leitstellenfahrten also leitstelle ist geplant ja also wir haben mehrere linien es sind sogar schon dcs in den hinterköpfen der entwickler und also alles in allem muss man wirklich sagen da könnte wirklich was tolles entstehen ich weiß noch nicht ich selbst habe mit bin mit tms ist eigentlich nie schlecht gefahren persönlich also meine geschichte reicht ja schon noch bis in den microsoft train simulator von früher ich weiß dass ein anderer entwickler das ist eine andere zeit gewesen und die heutige zeit muss ich jetzt erst mal so ein bisschen beweisen denn ich persönlich muss ehrlich gestehen der fernbuch simulatoren der turist bar simulatoren haben mich jetzt so gar nicht vom hocker gehauen das liegt aber einfach weil das ganze nicht so tief ins detail geht das ganze ich hoffe wirklich inständig dass das ganze halt ja schon jetzt diese bars mehr 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 ins detail reingeht als das jetzt die letzten simulatoren der fall war wie wir es aber schon in den kommentaren irgendwie gelesen haben wurde da schon geschrieben dass das ganze von den steuerungstechnik her sehr an omsi erinnert also auf jeden fall können wir da gespannt sein was das ganze jetzt also noch in den nächsten jahren passiert aber so wie es halt klang werden wir dieses jahr 2019 definitiv noch nichts von the bars auf jeden fall in den händen halten es wird auch keine ich glaube es wird nicht mal eine early access geben oder sowas also frühestens 2020 könnten wir eventuell mit einem release rechnen so wie sich das angehört hat es soll aber dieses jahr wohl noch gameplay material dazu geben es wird noch ein paar videos dazu geben wir sind auf jeden fall gespannt halten euch dementsprechend auf dem laufenden und jetzt wie gesagt schaltet einfach mal rüber zu den kollegen von tml studios hört euch die präsentation dort zu the bus an wie gesagt alles ist natürlich unten in der video beschreibung verlinkt und damit verabschiede ich mich auch schon das war's von dieser kleinen news und wir sehen uns dann hoffentlich ja dann wieder zu der normalen news hier hoffentlich am sonntag wieder damit verabschiede ich mich wünsche euch schon ein schönes wochenende wir sehen uns bis denn und und und